Ja, legendary. Ja. Der ist auch cool, der kann das hier. Ist richtig gelohnt. Oh ja. VR-Gaming. Ja. Gibt es den VR-Gaming-Laden noch? Wart ihr da nochmal oder so? Ne, haben wir noch nicht, aber ich würde gerne nochmal. Das war eigentlich... Er hat schon Bock gemacht. Vielleicht gibt es inzwischen schon die nächste Generation in Technik. Kann gut sein. Weiter, 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 weiter. 5 Sekunden. Sehr gut. Oh nein, ein Draven. Der ist unten. Oh, doch nicht. Okay, ich gehe mal mit. Sehr schön. Das war böse. Und wir sind auch pünktlich zum Helfen da. Ich habe wohl keine Speils hier jetzt, aber... Gut. Soll ich auch dieses Room-Ding gehen? Nein, lieber dich. Ah, Draven, der ist base gegangen wahrscheinlich. Okay, ich gehe mal mit. 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 Hey, Barrier ist raus. Ich bin nicht... Achso, ihr seid ja... Ich dachte gerade reden. Ich gehe mal mit. Oh, dieser Wellkost, ne? Der trifft mich immer. Ich gehe mal mit. Ich gehe mal mit. Ich gehe mal mit. Ich gehe mal mit. Nur dieser Wellkost, der sträst so rein. Dein Kack-Spells. Oh fuck Oh schade Vorsicht Flo, der Supporter ist weg Mit Lenn ist grad weggeportet Ah fuck, er hat gehealt Ich höre den Dicken Ich bin echt zu blöd, ey Soll ich mir helfen, oder? Komm mal runter Nice Sehr schön Sind noch mehr? Nö, ich glaub nicht Was, was wollte der Weltkosten machen? Einfach nur warden, oder? Der hat noch hier den Drake Vielleicht hat er diese komische Kröte gemacht Oder wollte er machen Ich bin mal grad in der Mitte beim Flo Nein, der ist relativ weit vorne Okay, auf geht's Ah scheiße, ich hab's verkackt Weg, oder? Jaja Aber nice Oh fuck Bin ich etwa schneller als mein Schaden? Oh fuck Ich war hier auf einmal zu drittchen in der Mitte War nicht auf einmal zu drittchen in der Mitte Die, oder wir? Die Drain Und Ja, Draven ist auch weg Ja, ja Drain ist auch weg Ja, ja Aber der geht, glaub ich, zurück Ich stehe immer auf low. Low, 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 low. Dann sind wir alle vier hier. Eine heiße Spur. Hm, ich wollte mal den Dragon. Oh, das ist sehr gut. Nice. Scheiße, ich treffe meine Stunts irgendwie nicht. Yes. Nice. Schön. Der Trapper war ein little bit zu spät, sonst ist er gestorben. Ich habe jetzt Ulti. Hallo. Talan kann runterkommen, der fehlt. Oh, Nasus ist dabei eine... Oh, doch. Elin ist da. Ich komme runter, der Ulti. Komm her, du Sack. Oh, Jacks ist auch da. Super. Sand ist da. Okay, hier kann er nicht mehr rüber springen. Umdrehen. Heal Bitch. Nice. Ja, dann Dragon, oder? Dann kriegen wir den. Ich kann den nicht facen, sonst sterbe ich. Ja. Heal bei mir? Schau mal. Shit. Ah, schade. Ja, ist okay. Ja, Draven ist Gott sei Dank auch nicht im Spiel. Der ist ja gut abgekocht da unten. Ja, zumindest war ein bisschen denied. Toplane könnte gefährlich werden, aber Timo ist glaube ich nicht so der Held. Ich habe schnelle Boots. Das ist das X. Er frisst auch so genug Schaden. Ich schnappier. Ich trafe ihn nicht. Ich schnappier. Brauch mal die Templates. Ratings so, nicht Templates. Jax war mitte, kann halt ulti raus. Ulti. Nice. Talams hier im Schluss. Sehr schön, sehr schön. Kann man noch Platings holen? Ja. Es ist Minute 14, ne? Ja. Der Velcos ist oben, warum auch immer. Aua. Kriegen wir den noch? Klar. Talon. Und Jax. Ich hab noch Flash. Ah, sehr gut. Komm doch. Oh, Jax. Der ist mega low. Vorsicht. Oh. Lentern, Lentern, Lentern. Ich würd ja gern. Die Minions standen drauf. Er hat geflasht noch. Ah, ich bin so dumm, ey. Ich wollt auch oben rumlaufen. Das war mein Bett. Der Verbündeter wurde getötet. Oh Gott. Ja, da kann ich auf gar keinen Fall irgendwas machen. Sorry. Hörst du. Das war mein Toplaner da. Ich glaub diesen kannst du vergessen. Also den, der Toplaner. Kein Eil. Ja, ist die Quinn da? Die ist hier. Ja, die ist hier. Die ist unten, ne? Ey Draven. Der Timo ja vielleicht wenigstens ein bisschen. Trauer. Joa. Joa. okay ich habe jetzt endlich mal ein trick machen haben wir keine objekte oder auch mal heute ohne dann schritt auch eigentlich von unserem jungler die machen gerade den herr old schon mal noch ein plating eins noch kriegen wir den turm noch zehn sekunden nice maximum gold sehr gut alter welkos hat ulti benutzt wo der war knapp tschüss 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 der hat nicht gefokust der hätte dich so was von locker weg machen können ja 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 er wollte aber mich haben denkste Und ich hab ihn mit dem Hook gekillt. Den Talon. Er hat wieder geflasht in der Mitte. Wir kommen mal in die Mitte. Ich könnte mir mal Ludens holen. Ich bin kurz weg. Hallo Talon. Hier direkt abhaut. Das bin ich gar nicht gewohnt. Ich glaub es ist das Szene abhauen vom ADC. Wenn da so ein Dresch noch dahinter steht. Das ist schon für ein Fusch der Regen gekommen. Ich küsse ein Krönchen auf. Geil. Ich bin jetzt offiziell der Boss. Ja. Der King. Aha. Hui. Aua. Da müssen wir runter. Palin hinter uns. Nice. Ich hab auch ne Ruhe. Ich hab auch ne Ruhe. Zepp ist der Wasser im Gebüsch. Achtung. Da müssen wir runter. Ich hab auch ne Ruhe. Ich hab auch ne Ruhe. Ich hab auch ne Ruhe. Geht aber. das ist so bitter für die gegner ja scheiße queen kam von hinten der wird gebumst wie geil ja aber das ist absolut in ordnung also supporter gegen top laner 91 der hat keinen schaden wie krass einen guten shutdown richtig guten shutdown ich habe jetzt zwei items fertig wir treten keinen spaß mehr kann jetzt schön schnell auf die gegner zu laufen dann kommen nicht mehr weg nasus so irgendwie wasche bock oder wir da schon in dem scheiß busch kommst nicht weg es ist so hart wie krass stark die adcs werden mit ein zwei items ja das ist schon krass viel mehr farm als die die Gott blä, Hippie, Gott blä. Komm her, Talon, komm, ich weiß, du willst mich. Oh. Mehr. Ich komm aber auch runter. Mal ein bisschen weg jetzt hier. Oh Gott. Oh Gott, ich hab verkackt. Da ist er, da bist du. Let's go. Oh, hier sind wir geträumt. Wie geil war das denn? Vor zwei Minuten, die wäre fast ausgelaufen. Ja. Jetzt siehst du mal. Predicted. Komm Draven. One on one. Juhu. Komm den Turm hol mir aber. Ist ja keiner da, der es verhindern könnte. Ah doch, Talon. Oh. Alter, ich trifft nichts. Okay. Pfff. Entspanieren. Ah, schade. Nein. Nein. Ich dachte, du machst den Hit noch. Yes. Dann wäre ich gestorben, glaube ich. Hätte ich drei Hit bekommen. Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht. Was mehr als ein Hit noch, ne? Ich hab zwei Hits bekommen, ja. Ja, ne. Der tun wir auch noch mal. Ja. Ja. Na ja, schön. Ah, der checks. Kommt ihr mit in der Mitte? Klar. Ja. 10 ulti. Oh, nice. Hehehe. Kann neuer damit fahren. Hinter mir ist Talon. Gute Sache. Zack. Oh, nein. Ich dachte, da kommt der Hook. Lass sie reinlaufen. Ah. Sind zwei Fallen drin. Hier ist ein Ward. Hier ist ein Ward. Schnell, 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 schnell. Hier. Hehehe. Lass mal hier weg. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ihr seid eigentlich allein. Nein, die sind, glaube ich, alle hier. Bin ist oben, Raven ist in der Base. Wenn, dann drei. Ah, Tayden ist hier noch. Irgendwo. Da hinter uns. Hinter uns. Hinter uns im Fluss. Da ist er reingefahren. In die Falle. Okay. Der nervst doch mit seiner Scheiß Immobilität. Eine heiße Spur. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Oh ja. Kann ich auch mal machen. Goblin? Hmm. Ich hab's. Ich hab's. Das ist ein ganzes Item. Zack. Ja. Noch zwei zum full-build, ne? Kann ich dir mal den Teemo noch aufziehen? Na, noch Drake jetzt wieder. Jo. Na wegs. Alter. Elf. Zwei. Zehn. Das sind Terrible Stats für die Gegner. 1,7 Draven, das habe ich auch noch nie gesehen. Mitte? Ich glaube, ihr nehmt sich Hopps alleine, müsst ihr auffassen. Jaja, ich habe dann aber halb 4 runtergehauen. Ah ne, nice. Oh, ich bin gut schnell unterwegs. Ich habe noch Ulti, wenn du da was machen kannst. Ich auch. Jax? Talen, hinter uns? Alter, was war das denn für ein Crit? Wenn dann die 4-stelligen Zahlen aufpoppen. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht ganz gesehen. Talen? Talen? Ja. Hallo Talen. Da kann man Barren machen. Ja, da kann man Barren machen. Ja, die holen auch den 2. Tower. Das ist nicht gut, das ist nicht schlimm. Und Barren holen wir ja viel mehr. Das ist nicht so fast. Und da kann man Schnauern nach Roux gehen. 2. Tower. Das ist nur, ich würde mal nach den 2. Tower. Die 2. Tower rein tun. Das ist gut. So. Das ist wirklich gut. Die 3. Tower. Okay. Was soll das denn? Was fällt ihm eigentlich ein? So, dann würde ich sagen, push mal Mitte und Bot. Mitte ist Jax. Alter, zwei Hits habe ich gebraucht mit Raven. Okay. Ja, so geht sich das andersrum an. Ja, so ist es nämlich. Ja, dann gehe ich durch, würde ich sagen. Timo denkt sich so, Gott sei Dank ist mein Team gut. Jetzt mal richtig schön rein, baiten. Baiten. Komm Pipi. Und jetzt hier den Tower. Der macht halt keinen Schaden, ne Draven, das ist krass. Oh, oh, oh. Ich bait hier jetzt. Ach doch. Ich bait hier jetzt Vollkost Ulti. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nein, ich bin wirklich super gemütlich. Ich habe nicht die Fehler. 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 schon wieder vor drei minuten gebläst ja ja komm doch oh nice 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 point up you